Hallo Leute herzlich willkommen zu einem neuen Job-Video von mir nachdem gestern keiner mehr gekommen ist, sorry ah, heute kommt wieder einer wie ihr gerade seht hier haben wir einmal Wiki 1500 V-Bugs, die gibt es jetzt in vier Varianten Standard, Schwarz, Grau und Rot und das alles auch nochmal ohne Kapuze Standard, Schwarz, Grau und Rot die es eigentlich ganz nahe ist dazu gibt es Schnurrpack auch in vier Varianten Standard, Schwarz, Grau und Rot und dann haben wir noch Wechseldrehung halt die Wechseldrehung in ihrer Farbe von Blau geht sie in Schwarze hier nehmen wir dann Schnurrpacken auch in vier Varianten Standard, Schwarz, Grau und Rot wobei die erste ist eigentlich auch Rot, 800 V-Bugs hier nehmen wir Wukong 200 V-Bugs, dazu gibt es royale Flaggen hier haben wir dann Jingu-Bang, 1200 Panda-Beauftragte haben wir hier 200 V-Bugs, dazu gibt es Bambus und dann haben wir sonst nichts mehr hier hier haben wir doppeltes Spiel 1200 V-Bugs, dazu gibt es Lilienmuschel hier haben wir hier haben wir rosa Flamingo 1500 V-Bugs hier haben wir Knieklatscher für 500 V-Bugs hier haben wir dann Schere, Steinpapier für 200 V-Bugs Brutzelmeister 800 V-Bugs der Modus Nice, den würde ich mir kaufen ist aber halt 800 V-Bugs irgendwie ein bisschen zu teuer und hier haben wir Kommando 800 V-Bugs ja Leute, das war's mit diesem Job-Video wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben da lassen abonnieren, Glockenzeichen, damit ihr nichts mehr verpasst und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder, ciao